hey was geht ab youtube waren bei das backup stadion für euch und herzlich willkommen zu einem neuen gameplay commentary auf mein kanal naja eigentlich gar kein richtiges gameplay commentary sondern ihr seht einfach nur im hintergrund ein 28 zu 1 er spielt von mir seit mal wieder ein halbem jahr black ops 2 eingelegt und das spiel bauktig einfach nur so richtig krass mit meiner bau machine im hintergrund wie gesagt mit tim gespielt im alter kollege endlich mal wieder mit ihm gezockt und ja eigentlich wollte ich nur sagen dass die nächste zeit jetzt mal ohne scheiß versuche ich wieder videos zu bringen sage ich zum tausendsten mal aber mein gott was soll man tun nein scherz also dann haut rein ich bin raus euer wohnberg das war nj nicht so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020